Einen schönen guten Morgen, schönen Dank für die Einführung. Wenn jemand die Referenten gut ausgewählt hat, und das wird Herr Abbeckling getan haben, dann hören Sie das, was er in der Einführung sich eigentlich wirklich schon in komprimierter Form überlegt hatte. Das hören Sie jetzt alles nochmal, nicht in 20 Minuten, man hat mir mehr Zeit gegeben, weil ich eben nicht die Vorbereitung treffen konnte, die er treffen konnte. Vieles von dem, was Herr Abbeckling gesagt hat, ist tatsächlich tiefste Psychologie, also tief in unserer Seele und in unserem Wesen verborgen. Und für mich war es deshalb auch spannend, mit zwei Mitarbeitern gemeinsam nochmal vorne anzufangen und zu schauen, wann ist dieser Begriff eigentlich entstanden, warum hat er sich nicht gewandelt, wenn er nämlich so defizitär gebraucht wird, dann sind Menschen eigentlich in der Lage, Begriffe zu ändern. Das hat er nicht getan, also er wird mit einer unheimlichen Penetranz wiederholt. Und was könnte in diesem Begriff fehlen, sodass das, was damit magisch beschworen wird, vielleicht doch hervorkommt. Dabei wäre es zu einfach. Eine der großen Studien, europaweit eine EU-Studie gewesen, Bandura hat sie geleitet, die haben sich zusammengesetzt über Wochen und haben versucht, was wären die drei wichtigsten, die drei wichtigsten Aspekte aus dieser fünfjährigen Forschung, die wir sagen würden, was gute Arbeit ausmacht und was gesund hält an der Arbeit. Es ist eine vertrauensvolle Bindung, Vertrauen generell, aber eigentlich noch im Sinn einer Bindung, also nicht nur an eine Sache. Es ist ein wertschätzendes Feedback, Anerkennung ist das absolut rareste, was sie in dieser Arbeitswelt haben, sowohl auf der Ebene von Kollegen, als auch auf der vorgesetzten Ebene, über Anerkennung klagt so gut wie jeder und kooperative Zusammenarbeit. Auf diese drei Elemente von guter Arbeit hat man sich dort geeinigt. Sie ist auf mehreren hundert Seiten gut beschrieben und sehr, sehr gut belegt. Und der erste Moment, nämlich diese vertrauensvolle Bindung, scheint die wichtigere zu sein, wenn man überhaupt von Prioritäten sprechen will. Okay, ein Blick in die Organisationsprinzipien. Also ich habe jetzt gesagt, auf diesem Boden, Ihre Veränderungsprojekte, die gescheiterten und die, für die Sie Hoffnung unter Umständen demnächst auslösen, müssen Sie auf diesem Boden denken und nicht auf einem anderen. Vor welchen Organisationsprinzipien findet das Ganze statt? Ich habe mich an eine alte Arbeit von Harold Wilansky erinnert, schon seit längerer Zeit, ich bin intensiv jetzt, ich lebe nicht mehr, einer der großen Organisationswissenschaftler, der sich angeschaut hat, Individuen und verschiedenste Gesellschaften und verschiedenste Organisationen. Und er sagt, es gibt zwei große Prinzipien. Wir sind in der Lage, Rollen zu differenzieren. Das haben wir auf der Ebene der Insekten schon, der Primaten ohnehin. Aber wir haben etwas anderes, etwas zweites. Wir können auch Funktionen differenzieren. Produktion und Planung können wir auseinandernehmen. Wir können unsere Organisation aufspalten in verschiedene Funktionen. Können wir das wieder verändern? Das ist eine enorme Flexibilität. Das haben Sie auf der Ebene der Primaten selbst noch nicht und auf der Ebene von Insekten schon gar nicht. Diese beiden Prinzipien sind es. Und um diese beiden Prinzipien drehen sich alle Management-Theorien. Sie könnten Ihre Bücher durchgehen und könnten schauen, was wollten Management-Theorien? Was wollte Lean-Management? Das wollte die Rollendifferenzierung verringern. Was wollte Outsourcing, Insourcing? Was wollten die? Die wollten funktionale Differenzierung verändern. System Re-Engineering. Was wollten die? So könnten Sie das durchdeklinieren. Wielenski hat aber damals schon gesagt, es sind eigentlich nicht nur Fähigkeiten, sondern in Organisationen führt das zu Barrieren. Wir haben hierarchische und funktionale Barrieren. Und das findet, und er schiebt, das habe ich jetzt hier zusammengeschoben in einem Bild, das führt zu diesen unverbundenen Wissensinseln. Das ist der Ausgang von Veränderungsprojekten. Das ist aber auch der Ausgang von enormem Wissen. Also, dass Sie überhaupt auf diese Wissensinseln gekommen sind. Und in diesen Wissensinseln haben Sie natürlich eine Unmenge von hoch aggregiertem Wissen. Das war dieser Weltmeister im Wissen. Und wir sind Zwerge, würde ich dann eben das umsetzen, in dem Managen dieser Zwischenräume. Ich bin Gestaltpsychologe und habe Ihnen das deshalb so angeordnet. Ich habe hier die Ecken abgeknappert und nun sehen Sie einen virtuellen Raum. Der ist nicht physikalisch gegeben. Das machen Sie in Ihrem Kopf. Hier gibt es keinen Grauwertunterschied. Das machen Sie selbst, konstruieren diesen virtuellen Raum. Und in dem, so würde ich sagen, muss Management des 21. Jahrhunderts sich abspielen. Sie müssen in dem Zwischenraum agieren. Zwischen diesen Wissensinseln. Und ob man das mit Hoch- und Tiefbau macht, also Brücken werden ständig gebaut und Tunnel gegraben, das ist ja alles ganz gut. Ich glaube, es bräuchte noch ganz andere Metaphern. Wie bewegen wir uns im Zwischenraum? Zellbiologen, vielleicht sind welche unter Ihnen, wissen das, dass der interzelluläre Raum ist derjenige, der für die Informationsübertragung sorgt. Die Synapsen stoßen nicht haarscharf aneinander vorbei. Der Makurara hatte Ende des 19. Jahrhunderts große Probleme, das überhaupt in die Welt zu bringen. Die haben gesagt, dieser Brasilianer, der misst falsch, der kriegt das nicht richtig auf die Reihe. Das kann doch nicht sein, dass etwas verbunden ist und etwas geleitet wird, was einen Abstand hat, ein synaptischer Spalt. Popper hat immer schon gesagt, als er damals beim Papst war, wurde gefragt, warum glauben Sie eigentlich nicht an Gott? Er hat gesagt, wenn es ihn gibt, dann sitzt er im synaptischen Spalt. Das war für die Biologen immer der spannendste Raum in diesem Zwischenraum, scheint es zu sein, wo tatsächlich etwas zusammenkommt, was wir in Organisationen bei weitem noch nicht begriffen haben. Das wären die Organisationsprinzipien. Veränderungsmanagement ist Zwischenmanagement. Dann, das können Sie nicht durch Delegation, das können Sie nicht durch gute Planung, durch gute Shop-Description. Von diesen Shop-Descriptions stimmen ohnehin 60% dessen, was auf dem Zettel steht, nicht mehr der Realität überein. Ich habe viele Studien gemacht bei Hoffmann-Laroche, mir Laborarbeitsplätze angeschaut. Fünf Tage nachdem, im Assessment, kriegt er das nochmal rauf und runter gelesen und da soll er sagen, ob er das alles beherrscht, was an die Shop-Description kommt. Fünf Tage, 50 Tage und 500 Tage danach haben wir das untersucht, was die Leute noch machen mit ihrer Shop-Description. Die Trefferquote dessen, was da drin steht und dessen, was der macht, ist nach 500 Tagen nahezu null. Und schon nach 50 Tagen erkennen Sie das nicht mehr wieder. Das sind diese Scheinrealitäten. Es werden immer noch Shop-Descriptions gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele hundert Leute, Gott sei Dank heute nicht, die sitzen alle hier, noch Shop-Descriptions machen. Das ist ein unsäglicher Blödsinn, der, wenn er nicht zur Deckung gebracht wird oder gefragt wird, was ist denn die Spannung in dieser Abweichung, warum darf und muss das vielleicht gar nicht übereinstimmen. Das ist ein Als-Ob, wenn Sie tatsächlich in der Lage sind, die Shop-Description als ein Als-Ob zu lesen und dann hingehen und schauen, ob denn diese Fiktion und wo sie angepasst werden muss und wo sie sich selbst auch angepasst hat, dann wäre das die Kontinuität von Veränderung. Also ist Veränderung, und das war ein wichtiger Schritt, ist es ein Prozess, also ist es etwas, was wir als Projekt sozusagen isolieren sollten, oder sollten wir es nicht, das wäre der letzte Satz, sollten wir es nicht ins managerielle Handeln integrieren, das würde bedeuten, dass Sie auf das Unerwartete stärker reagieren, als dass Sie das geplante Delegierte kontrollieren und dahinter den Haken machen. Die Aufmerksamkeit auf die Abweichung und damit ein Plädoyer für die Wahrheit des Irrtums. Schönen Dank.